Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet, habt hoffentlich jetzt das erste Mal auf die Kurse geschaut und denkt euch so, when Jobcenter. Nee, Spaß. Momentan traden wir bei ungefähr 27.300 US-Dollar. Wir haben weitere Abverkäufe hinter uns. Es war im Endeffekt, nachdem wir jetzt dann die Lows bei 30k nochmal rausgenommen haben gestern Abend, nachdem wir nicht mehr diese Erholung hatten, nachdem wir gestern nochmal einen Livestream gemacht haben, war es eigentlich relativ klar, dass wir doch noch tiefer gehen. Was jetzt wichtig ist, was sind die nächsten Kursziele? Gehen wir wirklich auf 20k? Das besprechen wir jetzt auf jeden Fall im Video. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Ansonsten heute Abend, 19 Uhr, wieder Livestream. Ganz entspannendes Stündchen, wo wir nochmal dann den Tag Revue passieren lassen. Nochmal auf eure Fragen eingehen, vielleicht sogar ein paar Altkunst durchsprechen, beziehungsweise wenn ihr Altkunstwünsche habt, können wir uns die dann gerne angucken. Außer natürlich Luna. Luna ist Game, Luna ist Abfall. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Auf jeden Fall, wie gesagt, momentan bei ungefähr 27.300 US-Dollar. Wir sind jetzt genau hier inmitten des Golden Pockets. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in den Daily Chart, dass wir uns das mal besser angucken. Also Fibonacci von unserem Covid-Crash bis hochgezogen, bis zu unserem All-Time-High. Und wir sind jetzt genau in diesem Golden Pocket. Und nicht nur das, wir haben auch hier noch eine kleine Daily Demand-Zone. Bricht diese bis ungefähr 26.000 US-Dollar, wäre die nächste Etappe die 24k, beziehungsweise 22k und dann wären wir auch schon bei den 20k. Also ganz ehrlich, ich halte, sobald jetzt dieses Golden Pocket hier durchbrochen wird, nachhaltig, halte ich es auf jeden Fall für möglich, dass wir sogar wirklich die 20k sehen. Ist jetzt keine Panik-Schieberei. Es ist einfach so, dass man damit jetzt mittlerweile wirklich rechnen muss. Was mir trotzdem noch etwas Hoffnung gibt, wir gehen jetzt mal ganz kurz auf den Weekly Chart. Wir hatten ja hier drüben immer diese Wicks, die habe ich schon des Öfteren angesprochen, auch hier. Das war dieser im, wo haben wir es denn, im 4. Januar, beziehungsweise im Januar, hatten wir diesen Wick hier drüben auf dem Weekly Chart. Der ging bis ca. 27.589 US-Dollar. Heißt, hier waren auch wieder im Endeffekt, kann man ja so sagen, diese ganzen Wicks sind im Endeffekt Stop-Losses. Die wurden jetzt auch rausgefischt, erst einmal zumindest. Müssen wir jetzt hoffen, dass zumindest erstmal unser Golden Pocket hält. Sobald dieses Golden Pocket dann bricht, haben wir wirklich die Chance, dass wir hier wirklich auf 24k bis 21k auf jeden Fall nochmal runtergehen in diese Zone. Wir haben auch noch ein kleines CME-Gip, glaube ich, von damals, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei ungefähr 25.000 US-Dollar. Also es ist weiterhin abwärts gerechnet. Es gibt wirklich nichts, was momentan, sage ich mal, für eine Trendumkehr spricht, beziehungsweise wo es möglich wäre, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine neue Long-Position auf oder sonstiges. Meine Positionen sind alle zu. Auch die Bitcoin-Position hat ordentlich gelitten, die ich da offen hatte. Ich hatte zwar einen Stop-Loss drin, aber der war dann doch etwas heftig. Ich glaube, 70% oder so minus. Aber gut, damit muss man umgehen. Ganz ehrlich, sowas passiert. Man hat gehofft, dass der Markt doch nicht umgeht. Damit muss man, sage ich mal, umgehen können. Ich kann das. Trotzdem tut es mir für alle leid, die jetzt in den Märkten vor allem Geld verloren haben, vor allem beim Luder-Scam und was weiß ich was. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das sind die Preise, die ich auf jeden Fall für möglich halte. Das sind diese Zonen, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Vielleicht sogar Tiefe. Also wirklich diese 20k ist wirklich so eine Marke, wo wir halt auch noch einen Void haben. Also das ist halt so dieses Nächste. Wir haben da unten noch Voids. Das heißt, sobald hier wirklich dieses Golden Pocket bricht, kann es relativ ratzfatz nach unten gehen. Deswegen schließe ich das nicht mehr aus. Trendumkehr ist momentan einfach nicht absehbar. Auch auf den kleineren Timeproze. Wir haben weiterhin Abverkäufe. Wir haben weiterhin deutlich zunehmendes Abverkaufsvolumen. Wir haben keine wirklichen Kauforders da drin. Der S3 liegt bei 24k. Das passt dann wiederum zu unserer Einzone, die wir gerade eingezeichnet haben. Also ihr seht, da kommt schon noch einiges rein, sag ich mal, demnächst, wo wir dann auf jeden Fall irgendwann mal Support finden könnten. Aber momentan, sag ich mal, auf jeden Fall Abstand nehmen von irgendwelchen Trades. Nicht ins fallende Messer greifen. Das ist absolut, absolut wichtig, dass ihr das nicht macht. Wenn ihr so denkt, ja okay, wir sind jetzt bei 27k, es geht sowieso hoch. RSI ist deutlich überverkauft. Ja, wir hätten jetzt hier grundsätzlich eine Bullish Divergence. Trotzdem ist mir das Risiko, ganz ehrlich, aufgrund dieses höheren Abverkaufsvolumen, was da immer mehr reinkommt, würde ich euch einfach nicht empfehlen, jetzt hier in irgendwelche Long-Positionen reinzugehen. Vor allem Altcoins, da bewahrheitet sich auch, wenn ich dafür oft immer, ja, naja, sag ich jetzt ehrlich gesagt, naja, ist ein komischer Begriff, immer belächelt wurde. Ja, das ist der richtige Begriff, dass ich so wenig Altcoins im Endeffekt in meinem Portfolio habe. In solchen Phasen ist es ganz gut, wenige Altcoins drin zu haben. Mein Portfolio ist halt ungefähr 80% Bitcoin, 10% Ethereum, DeFi aufgrund Staking und sonst ist der Rest irgendwelche Altcoins. Und da jucken mich dann halt solche Sachen wie 15, 16 oder, wir können uns mal ganz kurz, guckt euch mal IOTA an. Also was IOTA in den letzten Tagen verloren hat, ist einfach krank, beziehungsweise jetzt mal seit gestern nochmal knapp 50% und das innerhalb von Stunden, beziehungsweise jetzt knapp einen Tag. Das ist schon wirklich heftig und ich bin auch in IOTA investiert, nicht gerade wenig. Aber gut, das ist für mich Kapital, damit kann ich umgehen und was hier jetzt vor allem langsam reinkommt, ist dann hier diese elig lange Support, dieses Support-Bereich, den wir hier drüben hatten. Also es könnte hier wirklich interessant werden, vom Chart-Technischen, sage ich jetzt erst einmal, deutet vieles auf, sage ich mal, einem Boden langsam hin. Wir haben jetzt so ziemlich alle Voids geschlossen, sage ich jetzt mal, die hier vor allem in diesen Mega-Pumps, war klar, früher oder später werden die geschlossen, also es war klar, dass wir irgendwann wieder mal zu solchen Leveln hinkommen. Wann das ist, kann keiner vorhersehen, aber es sind halt diese Voids, die geschlossen wurden. Jetzt kommen wir halt hier wieder in so einen Support-Bereich, seht ihr hier ganz gut, wo wir ewig konsolidiert haben und jetzt hier wieder in so einen Bereich kommen, wo dann jetzt als Support genutzt werden kann. Auch bei VeChem, bei IOTA das Gleiche. Und das werden wir bei vielen, vielen anderen Altcoins genauso sehen. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal, was kann man uns noch angucken, ist zu jung. Schauen wir uns doch mal Polkadot an. Polkadot, genauso riesiger Abverkauf, aber auch aufgrund dessen, weil wir hier riesen Voids hier drüben hatten. Und wir kommen jetzt langsam wieder in diesen Support-Bereich, wo bei Polkadot auch nochmal in den Bereich von 6 Dollar kommen kann. Aber das ist jetzt auch nicht mehr viel. Das heißt, wir sind jetzt auf so einem Stand, wo wir 2020 waren, wo die Rallye damals im Endeffekt begonnen hat. Also im Endeffekt ist jetzt alles geresettet. Bitcoin steht höher als damals fast. Nur die Altcoins bluten halt dermaßen ab. Also ganz ehrlich, Altcoins momentan traden, nein. Spot mit Bedacht reingehen, vor allem in Projekte, sag ich mal, wo ihr denkt, es hat Zukunft oder wird weiterhin Zukunft haben. Ansonsten in so Projekte wie, was weiß ich, Shiba oder irgendwelche anderen kleineren Coins, so Meme-Coins, würde ich momentan wirklich einfach Abstand nehmen. Und nochmal ein kleines Wort zu Luna. Wurde jetzt von vielen Exchanges, PrimeXPT, Bitpanda wurde es glaube ich auch nicht unbedingt delistet, aber halt nicht mehr tradbar und sowas. Binance hat jetzt auch die Hebel runtergestellt. Also ganz ehrlich, das ist nur noch pures Gambling. Wer da investiert, muss klar sein, dass es Totalverlust werden kann. Ansonsten zum Gamblen, why not? Steck ein Zehner rein und guck, was passiert. Ja, so viel dazu. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Also der ganze Altcoin-Markt, wir brauchen jetzt hier nicht auf irgendwelche Chart-Analysen eingehen. Es macht einfach keinen Sinn. Der Altcoin-Markt blutet. Spot, okay. Traden, absolut momentan nicht. Wenn, dann warte ich da erstmal sowieso ab, was Bitcoin macht. Da werde ich auf jeden Fall Spot jetzt nach und nach immer mehr einkaufen. Altcoins, wie gesagt, erstmal beiseite. Polkadot sind so Sachen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, kann man jetzt langsam mal wieder ein bisschen einkaufen. Trotzdem, das ist meine persönliche Meinung, keine Finanzberatung oder sonstiges. Das müsst ihr selber entscheiden. Trotzdem, macht euch nicht zu viele Gedanken. Glotzt am besten nicht zu viel auf die Charts einfach. Es macht eh keinen Sinn, ob ihr jetzt da 20 Stunden am Tag hinguckt. Traden ist momentan einfach Tabuthema. Würde ich euch zumindest raten. Ansonsten müssen wir hoffen, dass das Golden Pocket hält, beziehungsweise diese kleine 4 Stunden oder Daily Demandzone, die noch dort drunter liegt. Das ist momentan unsere Hoffnung. Ansonsten befinden wir uns wahrscheinlich wirklich in einem Bärenmarkt. Dann haben wir jeglichen Support gebrochen. Wenn die 20k brechen, sind wir sowieso dann in einem Bärenmarkt. Das ist dann für mich absoluter Bärenmarkt. Und dann müssen wir sowieso alles neu beurteilen. Dann kommt es darauf an, okay, kriegen wir sofort eine Erholung. Bleiben wir da unten in der Konsolidierung. Werden wir dann alles sehen. Ansonsten, News schauen wir uns noch ganz kurz an. Ja, und Krypto Flash Crash. Auch hier kommt dann sofort die Meldung bei KryptoGuru. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei. Ansonsten, Facebook will mit Polygon das Metaverse revolutionieren. Ich hasse Meta. Nicht nur Facebook, aber auch Meta. Ja, wenn euch der Artikel interessiert, schaut auf jeden Fall bei KryptoGuru vorbei. Ich werde euch später noch in die Telegram-Gruppen reinschicken. Ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bleibt ruhig. Tradet am besten nicht. Schaut euch nicht zu viel Dekurs an. Genießt lieber das Wetter. Kauft Sport. Nicht viel traden. Heute Abend, 19 Uhr, Livestream. Sprechen wir nochmal alles drüber. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Wir hören uns auf jeden Fall heute Abend wieder. Freue mich drauf. Ansonsten, ciao, ciao und stay Krypto.